Heute ist jetzt sozusagen Mittwoch. Mittwoch in der zweiten Woche, unser erster Tag im Studium. Heute darf ich richtig richtig alarmieren. Heute geht's klapperlos, das Wilde. Drüben ist schon die Orgel gerade quasi fast fertig eingespielt. Das ist der drüben. Magst du das mal zeigen? Ja, das ist der Fenster. Gut, ich finde das gut. Wir haben eine Kamerafrau, die zuhört. Weiter im Bauch ist die Mitte, sag ich mal so. Genau. Das ist der Bereich. Hier durch, bitte. Wecken müssen ab, aber... Wecken drüber schmeißen? Nee, abmachen. Abwecken, Mist. Ich applaudiere gar nicht. Na, stell dich mal hier hin. Je weiter du weg bist, umso mehr merkst du, was das Ding eigentlich vom Bass erzeugt. Jetzt haben wir gesambelt. Die neue Part sammeln also hier. Ich hab richtig Schiss vor dem Instrument. Ich bin froh, dass wir das so schön passen. Dank dir. Fett. Wir gehen jetzt ins Treppenhaus und da versuche ich Kabel. Und es wird ein langer Weg, den wir zu überbrücken haben, aber wir werden es schaffen. Die Cube-Platte wird fertig. Und die wird gut. Wenn ich jetzt noch mehr sage, ist Kacke, weil... Dann hat er nichts mehr für die Abmacht. Und damit draus anziehen. Fett. 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 Fett! Vielen Dank.